So Freunde, recht herzlich willkommen zurück zu Crisis Core Final Fantasy VII. Ich glaube wir haben die letzten drei, oder mit dieser hier, die letzten drei Folgen immer hier angefangen bei diesem Speicherpunkt. Aber, was, was, was will man machen, ne? Es ist halt irgendwie, wir sind jetzt im Klanger, aber wir verlassen den Ort jetzt, ja, denn die Pflicht ruft, wie er schon gesagt hat. Und dann schauen wir doch mal. Ähm, äh, ach komm, wir haben alles erkundet hier. Okay, auf geht's. Hey! Hm, war der kleine Lied von vorhin. Puh, bin ich froh, dass ich dich noch erwischt habe, bevor du nach Hause gehst. Ich wollte dir diese Materie ergeben. Ich werde nie wieder stehlen, deshalb sollst du sie für mich aufbewahren. Ja, okay, das macht natürlich Sinn. Ähm, na, wer sagt's denn? Freut mich, dass ich dir ein gutes Vorbild sein kann. Wow, jetzt darf ich klauen, cool. Ich muss mir aber versprechen, nichts Schlimmes damit anzustellen, ja? Für wen hältst du mich? Willst du lieber nicht wissen? Hehe, ich wollte übrigens noch was sagen. Du bist echt nett, ich finde, dass du super zu Aerith passt. Wie kommst du denn jetzt darauf? Weißt du, Aerith steht ziemlich auf dich, das muss aber unter uns bleiben. Ich drück dir die Daumen. Du kannst dich jederzeit an mich wenden, wenn du Ratschläge in Beziehungsfragen brauchst. Bis dann. Yo, von dir, alles klar. Das habe ich doch mal wieder ausgezeichnet hingekriegt. Die Materie ist bei mir bestens aufgehoben. Genau, jetzt kann man nämlich Monster bestehen. Das ist ja okay, das ist ja okay. Das schöner Gebäude, verdammt, achso, verdammt, wenn es ist, warst du bloß in dich gefahren. Ich werde diesen Wahnsinn an ein Ende bereiten. Genau. Ah, DBW verstärkt. Jetzt können wir ja genau über die Autobahn laufen, Alter. Das ist cool. Vermutlich die gleiche Autobahn, die wir auch im Hauptspiel befahren haben, ja, in diesem Minigame. Oh Gott. Wir lassen nichts anbrennen, wa? Ich hab's eilig, verschwindet. Na toll. Sogar die haben jetzt schon Flügel. Natürlich. Der Würgertag ist einfach der beste Angriff aller Zeiten. Aber ich hab nicht mehr viel AP. Sollte ich das lieber lassen. Schon so lange, bis ich AP frei hab, weil das kommt eh in jedem Kampf bestimmt mal vor. Ja, okay. Geil, nee, nix aus, merk ich grad. Sauber. Muss mich ranhallen. Oh, jetzt hab ich so mal ein paar Roboter. Sieht nicht so aus, als ließen die Jungs mit sich reden. Also gut, ihr wolltet's ja nicht anders. Nummeriert schon mal eure Schrauben. Eingebildeter Selbstberichtführer, der Zag. Der ist im Motorrad schlechter, im Motten schlechter. Okay. Guter Name, man. Ich treffe einfach nix. Was ist da los? Ah! Okay, ihr wolltet's nicht. Ihr wolltet's ja nicht anders. Jawohl! Komm schon! Gleich mit Katzin. Das sind also die Slums. Stimmt was nicht? Ganz schön chaotisch hier. Fühlst du dich unwohl? Leider. Liegt mir das total. Hurra, ich wusste, du würdest das sagen. Hä? Achso. Sollte man sich darüber freuen? Interessant, weil wir ja eigentlich Aerith, sämtliche Begegnungen mit Aerith dabei waren, was einfach eine Szene war, die es nicht gab. So, jetzt sehen wir auch erstmals Aerith. Genau, Heilwellen. Good luck. Sehr schön. Sehr schön. Kann man sich ja denken. Ich meine, im Hauptspiel war Aerith ja, beziehungsweise, naja, im Hauptspiel ist es ja so, im Grunde genommen gibt es ja keine Heiler. Man kann ja selbst bestimmen, wer ja was übernehmen soll. Aber da Aerith Limits ja eigentlich immer geheilt haben und auch sie generell bessere Werte da, glaube ich, hatte. Ich weiß nicht, was genau für heilen verantwortlich ist, welcher Wert, aber der war zumindest bei Aerith ein bisschen besser als bei anderen. Ah, ich habe es übrigens mal gelesen. Und deswegen ist sie ja quasi mehr oder weniger der Heiler, nicht wahr? So, die Szene hatten wir eigentlich schon, ne? Mist, das habe ich versaut. Ha! Oh, gar nicht gut. Und wieder einen Fall gelöst. Kommt etwas zu spät. Das ist Teamwork, was? Ich lese es trotzdem nochmal vor. Auf der anderen Seite bin ich sehr dankbar dafür, dass ich die ganzen Dinger kommen, damit ich die Prozente kriege, aber sie darf ich. Das ist für geil, weil ich mache ich kritische Treffer, aber der Typ ist eh gleich tot. Ja, sag ich doch. Immer noch nicht genug. Langsam nervt ihr. Oh, ah. Mist, ich bin umzingelt. Lästige fliegen. Sechs auf einen Streich, was? Oh, das wird hart. Oh, ja, jetzt, jetzt braucht es tatsächlich. Kommt schon. Yeah, aber noch, um zum dritten Mal die Szene. Kann man so drüber springen. Nice. You can do it, Zach. Yeah, I'm on fire now. So. Bam, bam, bam. Oh, oh, verdammt. So schöne Kombo. So ist gut. So eine Kombo hier. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Alter, das macht doch einfach, der Eingriff macht doch einfach viel mehr Schaden als ein normaler Angriff. Das ist einfach mega krass. Aber passt halt 4 AP, ne? Das wird nicht so schön. Aber was will man machen? Hier, mit 2 Schlägen ist der meiste tot, ey. Oh, kaum. Bei dir jetzt nur wieder normale Eingriffe. Macht doch nicht mehr Schaden, ich hab gelogen. Ich mach doch fast 1000 Schaden, holy shit. Puh. Das reicht jetzt aber wirklich. Ich hab schon wieder viel zu viel Zeit verloren, muss mich beeilen. Wenn er mich nur lassen würde. Aber das Leben ist halt kein Zug abschlecken. Ja, das weiß ich doch. Brauchst du dich extra dran zu ändern. Ich fühle selbst Gespräche. Na, der ganze Schmack ist. Der ganze Schmack ist. Wollen wir mal größer als die anderen, Kaspar. Aber das würde ihm auch nicht helfen. Ich kann nicht lesen, die wir spielen. Das ist ja echt unfassbar. Ich hab mir das Gefühl, meine Lesefähigkeit, meine Vorlesefähigkeiten variieren von Spiel zu Spiel. Bei manchen Spielen verlese ich mich wirklich in jedem Satz. Manche kann ich so runterlesen. Die sind ein bisschen daran, wie gut der Satz formuliert ist. Aber das liegt, glaube ich, auch einfach in der Schriftart. Sagt man ja. So eine Blättern, hier so Times New Roman und so kann man ja viel besser lesen und so. Kennt man ja. Ich glaube halt echt, dass ich ein bisschen in Schriftarten liegt. Wenn es etwas verpixelt ist oder so eine unschöne Schriftart ist, dann lesen ich mich öfter. Dann, wenn es einfach eine schön einfache Schriftart ist, dann kann ich es auch hier vorlesen. Naja. Aber so oder so verlese ich mich oft genug. Also von daher. Oh, Regina. Regina. Fast so an wie Regina. Aber gut. Hey, er würde ich genug. Wo bleibt der Abspann? He. Muss noch beeilen. Hm. Ja, der Abspann, der kommt erst in ein paar Folgen. Das Spiel dauert auch noch lange genug. Habe ich jemals erwähnt, wie lange das Spiel dauert? Also ich schätze so 50, 60 Folgen. Würde ich jetzt mal spontan tippen. I need your help. Do you? I'm not really sure myself At times I feel as if my mind is mired in fog What the fog? No matter what happens I have to protect my honor As long as I hold The buster sword Zack Jack, join my battle. Our enemy is all that creates suffering. All right. I'll help you. I'll carry you there. No, wait, I... Flying feels pretty good. Ich verstehe zwar nicht so ganz, wie er mit einem Flügel fliegen kann, aber es ist so wichtig. Entschuldige Verspätung. Braucht man, dass du lange gedauert? Sephiroth, du wirkst ausgezerrt. Nun, die Pflicht ruft. Vermutlich hat Holländer Genesis damit beauftragt, Professor Hojo zu töten. Hojo, der leidert der Forschungsabteilung? Genau der. Hojo macht ihn dafür verantwortlich, seine Karriere ruiniert zu haben. Als das Ziel des Angriffs sicher liegt die Forschungsabteilung über uns. Boah, ich kann nicht lesen, ne? Um Hojo braucht ihr euch nicht zu kümmern. Gut gelaunt, wie immer, was? Sephiroth, übernimm die unteren Etat. Ich kümmere mich um die Sicherung außerhalb des Gebäudes. Und du heißt Professor Hojo Silva, verstanden, Zack? Alles klar. Ich habe das Gefühl, das Spiel ist einfach ein bisschen zu laut, deswegen höre ich meine eigentlich Stimme nicht und du merkst es fast gar nicht, wenn ich mich verspreche. Ich habe zwar keine Ahnung, was Angie vorhat, aber wenigstens kämpft wir wieder gemeinsam. Das reicht mir als Grund. Na dann, die Forschungsabteilung befindet sich mit... Hier, der fliegt... Der Flur runter. So, apropos... Kann ich... Es gibt hier keine Optionen, ne? Nicht löschen, oh mein Gott. Ich bin so ein Spastiker. Ähm, man kann hier echt nicht... Keine Einstellung machen, ne? Ich muss den Sound definitiv mal runterdrehen. Das kann ja auch über Windows, aber wie geht es nicht ingame? Oh Gott. Geht er munter weiter. Jetzt, wo ich daran denke, ich hoffe, ich denke gleich noch dran, ja. Ich will mal gucken jetzt. Und zwar, wie weit ist eigentlich die Matrix hier von allen? Oh, wir haben schon 30, 35. Aerith hat schon 35? Krass. Das heißt, man muss die theoretische Nummer, ja, wahrscheinlich dreimal kriegen. Oder es würde irgendwie anders berechnen, ich habe keine Ahnung. Ja, aber wir hatten noch keine von den, äh, ne? Von den Dicken dabei. Was war noch mal bei den Blättern? Achso, das war das. Von den Beschwörungen hat man noch gar nichts. Das ist ein bisschen unschön, aber gut. Warten wir nochmal. Ja, das machen wir etwa gleich die Schaden. Dann trifft er zweimal. Dann macht's gleich die Schaden, wie die normale Angriff. Aber als wir im Flächen denken. So, Proben-Depot. Oh, ja, Mensch. Das ist der Raum ja geil. Wollen wir hier mal reingucken? Geht das? Es geht nicht, schade. Wir wissen doch alle, wer da drin schlummert, nicht wahr? Severus hat es noch nicht herausgefunden. Das ist interessant. Das hätte ich nicht mehr überlegen. Also ja, hier drin. Ich kann ja auch mal spoilern. Hier ist Genova drin. Genova, ähm... Oder zumindest Genovas Kopf ist da drin. Äh... Ich muss gerade nochmal selber überlegen, wie waren die nochmal genau? Ne, stimmt gar nicht. Genovas Kopf hat ja Slifflug geklaut. Ach, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Scheiße. Wir sind im Hauptspiel, klaut er das ja hier draus, während wir gerade im Shinra-Gebäude sind, klaut und so. Ich meine, wo er es ja rausgefunden hat, das ist schon viele Jahre vorher passiert. Warum er jetzt eigentlich erst hier ist? Ich weiß gar nicht so genau. Naja. Zumindest weiß ich gerade nicht. Wenn ich mir nochmal die Lord durchlese und so und so weiter und dann denke ich mir, ah ja, genau so war das ja. So gut die Story von der Heine-Venny Sieben auch ist und so gut ich sie auch kenne, zumindest grob, so vergisst man manche Details auch echt schnell wieder. Auch als ich damals ja das Hauptspiel nochmal gespielt habe, habe ich doch so gemerkt. So einiger Aspekte habe ich echt wieder völlig vergessen in der Geschichte so. Die grobe kannte ich natürlich noch. Na gut. Ah, hier waren wir dann auch im Hauptspiel, da links in diesem, in der Bude da. War ja Red 13 gefangen. Aka, ähm, Dingenskirchen. Danaki, so mein Gott. Äh, der Professor. Da steht er rum. Mal kurz umgucken, ja. Oh, ich kann nochmal speichern. Das ist, das ist schön. Dann mache ich das mal lieber, bevor gleich irgendwas, Böö, ach Gott. Ja, ich bin so dumm, die richtige Tasse tot. Bevor gleich irgendwas Böses passiert. Sample, ja, da drin war der gute Danaki. Ein Glück, dass hier nichts passiert ist. Oh, du zerscherschst meine Berechnungen. Das Beutel wird von Genesis Truppen angegriffen. Es könnte sein, dass sie hinter ihnen her sind, Professor. Und du sollst mich beschützen? Wir sind unbedingt hier raus. Und kommen sie schon. Ich fürchte mir nicht vor degradierenden Monstern. Reden sie von Genesis? Für wahr. Ein Überbleibster aus törichten Zeiten, als jede unbekannte Lebensform noch für einen Abkömmling des Seitenvolkes gehalten wurde. Ein Überbleibster aus törichten Zeiten, als jede unbekannte Lebensform noch für einen Abkömmling des Seitenvolkes gehalten wurde. Okay. Unbekannte Lebensform? Genova, das Unheil, das vom Himmel herabfiel. Äh. Deine Unwissenheit ist nicht weit davon belangen. Es ist nicht die Aufgabe von Soldaten zu denken, sondern kluge Köpfe wie mich zu schützen. Hmm. Oh, Joe. Hier sieht er sogar noch einigermaßen okay aus. Mopspiel ist ja ja sowas von hässlich einfach nur. Durch diese Polygonen-Grafik. Du scheinst mir nicht gerade beschäftigt zu sein. Das würde ich wohl so aber nicht sagen. Hast du nicht behauptet, es könnte sich ungewollter Besuch einstellen? Bist du bereit, meinen brillanten Geist mit deinem Leben zu verteidigen? Ähm. Na klar. Natürlich bin ich bereit. Kommt und holt es euch, sage ich. Ich werde nur Beweis stellen, was ein Rang 1-Sodat der neuen Generation so alles auf dem Kasten hat. Ha ha ha. Wie ermutigend. Ein Versagen gegen fehlschlagende Kreationen eines zweitklassigen Wissenschaftlers würde ich auch nicht dulden. Nanu? Well, look who's here. Hollander sent you. Correct? You think that if you obey Hollander, he'll stop your body from degrading. Is that it? Pitiful. Just pitiful, I say. Genesis. Ha 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 ha. A second-rate hack like Hollander couldn't cure a cold. Genesis. That's enough. Ah. What do we have here? My friend, the fates are cruel. There are no dreams, no honor remains. The arrow has left. The bow of the goddess. The entire cast of Hollander's freak show. Shut up, you! Loveless. Act four. Where the two friends challenge each other to a duel. An ancient epic. I read it thinking it might aid my research. But pure drivel. How does the duel end? Unknown. The last act is missing. And yet to be discovered. There are various theories. The mysterious gift of the goddess. What is the meaning behind it? For us, at least. Hey! Hold it, Genesis! Genesis! My soul, corrupted by vengeance, hath endured torment to find the end of the journey in my own salvation and your eternal slumber. He's summoning again. Zack, I leave this to you. Huh? You can do this. Trust me. Don't leave me here! Stop! Come back! Erith? Listen, can I call you back later? I have some company. Don't keep your guest waiting, she says. Okay! I have no more DBB verstärkt. Okay, man, los geht's. Oh Gott, Zorn, Barmut. Oha. Ähm, hm, machen wir das in der nächsten Folge oder fange ich jetzt schon mal an? Ich kann schon mal ein bisschen raufkloppen. Alter, wie lange er noch laufen ist? Jetzt kommt bestimmt schon die erste Katze hin. Nee, doch nicht. Aaaaaaah. Aua. Uuuh. Das hat weh. So. Ups. Äh, es macht wenig Schaden. To be honest. Feuer. Das cool an. Ich werde es nie erfahren. Ich glaube, ich werde bis zur nächsten Folge mal den Sound ein bisschen leiser gemacht haben. Ich werde eigentlich dafür nicht so schlecht bin. Ich finde es ein bisschen, ein bisschen kacke, dass ich nicht mehr speichern konnte, wenn ich, falls ich jetzt verrecken sollte. Bevor ich schon fast ein bisschen ausgehe, weil das gerade ganz schön schmerzhaft hier ist. Warum zauber ich überhaupt nicht? So komisch. Aua. Komm schon. Yeah. Oh, Vita Stufe 4 ist gut. Prove your honor to me. I got it. Wuhu. So. Das war nochmal ein guter Angriff. Wow. Ich würde sagen, ich gehe mal kurz ein paar Meter zurück und sage, vielen Dank fürs Zusehen. Der Kampf, hier geht ja in der nächsten Folge weiter. Oh man, der ist ganz schön. Also der ist nicht ohne. Na gut, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.